bluthochdruck oder hypertonie hat nach tcm immer mit der leber zu tun und ich möchte heute fünf nahrungsmittel bzw tees kräuter vorstellen die du verwenden kannst bei bluthochdruck um deine leber zu beruhigen und damit den bluthochdruck zu verbessern das sind natürlich nur akut tipps das heißt es ist kein ersatz für eine dauerhafte ernährungsumstellung für eine dauerhafte umstellung deines lebensstils weil außer der ernährung zum beispiel zu viel fleisch fast food zu viel süßes alkohol etc spielen natürlich auch die emotionen eine große rolle bei bluthochdruck aussicht der tcm stress und so weiter du kennst das und ja welche syndrome sind der typisch das ist die leber g stagnation die macht man in der tcm vor allem dann verantwortlich wenn der blutdruck sehr stark schwankt das heißt wenn du einmal zu hohen blutdruck hast einmal wieder normalen zu hoch normal so immer wenn das immer hin und her geht das hat oft auch viel mit stress eben zu tun seelischen belastungen etc das ist die leber g stagnation und dann kommt leber hitze dazu das heißt je höher der blutdruck wird und je je stabiler er dann oben bleibt also je chronischer das ganze wird auch desto mehr ist dann hitze dabei leber hitze und auch hoch schießendes leber young hoch schießendes leberfeuer das heißt da hat dann den typischen roten kopf dabei an den heißen kopf vielleicht starke kopf schmerzen usw das ist hoch schießende leber young und dann auch einen leber yin mangel das heißt jenes sozusagen das kühlwasser im körper was das young dass das young das feuer ausgleicht und wenn wir zu wenig leber in haben dann kann eben dieses leber feuer die leber hitze noch stärker werden noch mehr hoch schießen das heißt oft ist eine kombination von diesen syndromen vor allem je länger du schon betroffen bist desto desto mehr mischen sich die verschiedenen syndrome aber die fünf mittel ich dir gleich vorstelle helfen bei all diesen dingen und ich möchte einfach als beispiel das jetzt zeigen als beispiele zeigen wie nahrungsmittel nach tcm therapeutisch wirken können und das erste was ein ganz klassisches mittel bei bluthochdruck ist in der tcm ist die stangen sellerie oder stauden sellerie die hat einfach eine stark absenkende wirkung auf das leber young also senkt das feuer aus dem kopf ab also besonders gut wenn man eben diese hitze im kopf so stark spürt oder bei kopfschmerzen oder augen problemen und außerdem kühlt sie eben insgesamt die leber entspannt die leber und fördert auch den chifluss in der leber also gegen chistagnation und die kannst du einfach als gemüse verwenden also einfach immer wieder mit kochen in suppen in gemüse etc du kannst dir ein dekocht daraus machen eine abkochung das heißt du nimmst einfach einige stücke stangen sellerie und kochst sie in wasser eine halbe stunde 20 minuten je nachdem oder auch länger ab und trinkt das ganze dann wie einen tee es gibt jetzt keine genauen mengenangaben dazu das heißt das kannst du noch gefühl machen du kannst natürlich auch einen einen rohen stangen sellerie saft trinken aber das ist nach tcm immer ein bisschen mit vorsicht zu genießen wegen dem verdauungsfeuer das heißt vor allem wenn du keine so starke verdauung hast oder wenn du zu blähungen durchfall etc neigst sehr vorsichtig mit den rohen säften und der tipp ist auch dass er in der heißen jahreszeit zu machen und nicht gerade wenn es trotzdem auch schon kalt ist um es nicht noch mehr abzukühlen guter zweite tipp ist grüntee grüntee kannst du fast überall trinken also ist auch ein tipp für wenn du wenn du ihn in einem restaurant ist oder so dass einfach einen grünen tee dazu trinkt er fördert nämlich auch die bekömmlichkeit zum beispiel von fleisch und so weiter aber grüntee senkt ebenfalls dieses leberfeuer aus dem kopf ab und kühlt einfach diese leberhitze und leitet auch feuchtigkeit aus aus der leber und das bei bluthochdruck ist tatsächlich auch öfter mal feuchtigkeit dabei das merkst du dann wenn wenn auch schon das blut wenn wenn die blutwerte auffällig sind also wenn die die blutfettwerte cholesterin etc erhöht sind richtung arteriosklerose probleme auftreten dann ist nach tcm auch feuchtigkeit dabei und das kommt natürlich oft in kombination das ist der grüne tee der dritte tipp ist ein bitterer platzsalat sowie radicchio endivien oder chicorée zum essen dazu zu essen das heißt in der tcm wird er empfohlen hauptsächlich gekocht zu essen aber ein kleiner bitterer platzsalat zum mittagessen dazu ist perfekt um zum beispiel die leber eben zu kühlen auch hier wieder den g-fluss zu fördern die leber zu entspannen und dazu sind die bitteren platzsalate sehr gut der dritte tipp ist löwenzahn das heißt dann wenn gerade frühling ist kannst du auch frischen löwenzahn essen als salat et cetera als gemüse oder du machst einen tee daraus löwenzahn blätter löwenzahn wurzel wirkt beides ziemlich stark kühlend auch auf die leber leber hitze kühlend senkt auch wiederum das leber feuer ab aus dem kopf nach unten und ist besonders gut wenn kopfschmerzen auch dabei sind und der fünfte und letzte tipp für heute ist das radieschen beziehungsweise der rettich rettich und radieschen wirken vor allem stark bewegend also bei g stagnation die eben zum beispiel bei dem für den schwankenden blutdruck ganz typisch ist mal oben mal unten die stagnation ist auch bei kopfschmerzen dabei bei menstruationsbeschwerden bei blähungen bei verspannungen et cetera das heißt mit rettich und radieschen kannst du den chi gut bewegen es wirkt wieder auch kühlend auf die hitze und kann damit auch bei bluthochdruck helfen das kannst du einfach zwischendurch roh essen also zum beispiel ein zwei radieschen am tag wieder auch zum gekochten essen dazu oder zwischendurch oder du machst dir auch eine suppe daraus du gibst es in den salat dazu wie auch immer man kann auch rettich zum beispiel wunderbar als ofengemüse zubereiten da schmeckt es weniger schmeckt er weniger scharf aber sehr aromatisch also mit olivenöl und verschiedenen getrockneten kräutern und vielleicht anderen gemüsearten zusammen in den ofen geben den rettich in scheiben in stücken und dann bei 180 grad backen so ein kleiner tipp wie du das machen kannst und schmeckt wirklich gut und fördert eben auch da den chi fluss und tut dir gut auch den blutdruck im trust your body in meinem online programm erlebe ich tatsächlich auch immer wieder dass die teilnehmerinnen relativ schnell verbesserungen merken bei mit ihrem blutdruck sei er zu hoch oder zu niedrig weil es einfach ausgleichend wirkt wenn wir von der wenn wir uns mit der ernährung wieder ins gleichgewicht mehr bringen yin und yang ausgleichen also hitze und kälte wenn wir feuchtigkeit ausleiten wenn wir chi aufbauen den chi fluss fördern dann tut uns das immer gut und auch für den blutdruck ist das etwas was man dann ja oft relativ schnell merkt innerhalb von einigen monaten halt also ein bisschen geduld muss man schon haben gut ich hoffe das hat wieder ein bisschen weitergeholfen schreibe mir gerne ob du den einen oder anderen tipp ausprobiert und wie es dir damit geht und ja bis zum nächsten mal danke fürs zuhören